Herzlich Willkommen zu einer zweiten Folge auf der Karnevo Thuring. Wir versuchen jetzt gerade in die Grasernte in Gang zu kommen. Wir machen da bitte Trudelkeiten. Und zwar ist hier das Problem, dass an einer Ecke der Wiese das Gras halt nicht so erscheint wie es soll. Dadurch muss ich ihm bis zum Knick helfen hier. Ach deswegen, na gut. Da so viel Gras, da bleibt wieder Regenblieben. Gut. Rolli, rolli, rolli. Weg bis zu. Hehehe. Heißt, das war gut Deutsch. Das ist ständig so. Ja, wir haben die Grasbahn, die auf der anderen Bahn liegen bleiben, ist ja alles gut. So, das Problem mit mir wiederkommen? Stehen lassen. Wirkt da noch einer aus? Na ja, gut. Ist ja schön. Hup, Entschuldigung. Nach hinten wurden sich schlecht aus. Der ist ja fast fertig. Dann können wir gleich eingreifen und da drüben noch helfen. Gut, der Abfahrer. Das ist ja fast fertig. Das ist ja fast fertig. Das ist ja fast fertig. Die Leistung passt zum alles. Und hier nicht. 42, 39, 40. 40, 40, 40. 50 Prozent. Kartenkarte, Kartenkarte, Kartenkarte. Naja. Da ist er ja. Überwachen, was klappt. Beide voll. Ich bin ja hinterfahrend. Zuckrisch jetzt mal. Nebenträcher oder so. Schade, dass er vorne in der Erde getötet hat. Er hat uns versteckt. In der Welt voller Zeit. So, das ist ja fast fertig. Die Erte, ich bin in der Welt geöffnet. Er hat uns vielleicht noch versucht, die Räume-Höne, die man geförte, dass er uns nicht verletzt. Er hat uns nicht verletzt, aber er hat uns am Ende. Da ist ja fast fertig. Er hat uns nicht gemerkt. Er hat uns nicht gemerkt, mietfahrzeug steht auch fast wieder voll jetzt gehen wir auch die anderen äh dann hat er noch den Rest ich meine die Ecken hatte er ja sehr schön gemacht das ist ja fast nicht kring wiegen kann man nicht meckern ich muss hier noch ein bisschen den Rest machen und dann gehen wir gleich bei und greifen auf der anderen Seite auch noch mit ein dass er fertig wird das heißt auf langer Sicht die brauchen noch einen zweiten Drücker naja hatte ich mir so gedacht aber bei der Eidkraft dann nicht zum nächsten Mal Wir haben Morgennebel haben heute, ich würde auch an der Küste sagen, Küstennebel. Sollten wir mal schauen, ob wir eingreifen können. Hier sind die Pfeile, eine Pfeil geht da hoch, der zurück. Dann greifen wir uns mal weiter. Bei Raps, bei Soja muss ich noch nicht warten, bis alles reif ist. Tag Kollege, fertig, Pause. Wir haben 3 Gigabyte bis jetzt, bei 8 Minuten. Macht zusammen, 6 Gigabyte. Das ist ein guter Wert. So, Size B. So, Kool-Aid. So, der läuft. So, der läuft. Der läuft. So, der läuft sich ganz gut. Dann kann ich gleich mal schauen, ob er auch richtig mag zum Pause war. Jetzt habe ich ja Taktor aktiviert. Denn, nein. Mit EI wird ab nichts. Da werden wir zwei herkaufen. 3 oder 4. Genau 2. 2 Dollar nutzen. Wenn man das Feld gehören sollte, für knapp 6 Millionen. Da wird ja eine Straße bauen mit Terraforming. Aber 6 Millionen. Ja. Ja. Da wird noch viel Gras gemäht werden. Können wir noch Mais aufpassen. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 2. oder kurs mit zwei hänger nicht klar das kann man nicht sagen gut für das erste wird es mal reichen das wird doch kein Problem geben hier werden wir gleich entsprechend einsammeln sonst gibt es Probleme das heißt, ich muss mit LKW schauen wir mal an den großen kleinen Anhänger die Rapsernte läuft sieht nur noch ganz gut aus hier sammeln wir gleich die Ballen weg so hier sind wir mal bitte jetzt alle Ballen entfernt die aus dem Weg stehen können die links oder rechts liegen würden die stört aber nicht die Rapserre die näher werden beim Fahren ein Problem aber hier liegen wohl links und rechts oder extrem weit weg bei den hohen Ja, doch. Ja, doch. Ich stecke den Verkehr fest. Das liegt aber daran, dass... ...die Funktion des Anhalts noch nicht da ist. Das ist schlecht. Die Funktion des Anhalts noch nicht. Die Funktion des Anhalts noch nicht.